hallöchen ihr den alle vier und willkommen zurück bei fallout 76 wastelanders wo es weitergeht hier zurück mit den nächsten täglichen und wöchentlichen aufgaben ja schauen wir doch mal was es heute hier zu erledigen gilt es gilt meine unterkunft zu suchen das level abzureichen die goldstern challenge abzuschließen dann ein event abzuschließen die tägliche operation 5 nuka cola zu trinken und 25 kreaturen zu töten während ich in einer gruppe gut dann bei der wöchentlichen gilt es nur noch das letzte event hier zu bestreiten schauen wir doch mal und dann gucke ich mal was ist denn hier in der täglichen operation heute los wenn die galleria super mutanten abgehärtet alle klären wir sagen besuche ich mir doch direkt mal eine gruppe falls es eine geht zwar nur ist nein 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 dann würde ich sagen mache ich mir direkt mal die tägliche operation hier rein vielleicht kommt da ja was so fehlt nur noch der liebe so lieben ich grüße euch sehr schön dann gönne ich uns mal eine lunchbox ich habe den kontakt zu den verbindungsgeräten in der gegend verloren kümmert euch darum ich gehe mal zum ersten nein was war das jetzt wir sind jetzt da hinten ihr lieben ihr müsst zu mir kommen hier hinten bei mir ich gehe mal geschmeidig heiligsblech los das ist ein scheiß problem kollege auf geht's ich fahr halt schneller ihr lieben so links das so also dann haben wir es doch gleich wie kriege ich eigentlich diesen fucking blauen Balken voll der dann rumpinnen muss das weiß ich bis heute nicht da habe ich heute keinen Plan kann es sein dass es dieses EP Ding ist so auf geht's so mal gucken ich hasse diese ganzen Scheiß Nahkampfgeschichten hier so ok so schon mal 13 von 25 nicht was geht's so so ok ok ich hasse das meine Güte so das ist jetzt die Sache haben wir die Halle ok ok Mehrziel. Schaltet es um jeden Preis aus. Ad victoriam. Wunderbar. Sehr schön. Gut, dann haben wir das. So, was gab es denn heute? Nachtrativer Baseballschläger. Nachtrativer Fallen schnell rechtes Bein. Und die Käfiglübönen mal wieder. Okay, gut. Okay, was hast du denn heute bekommen? Für ein Outfit, das du doppelt hast. Das war anders. So, habe ich jetzt hier alle Viecher gekillt eigentlich? Oh, es wird nur ein einziges Leck. Okay. So, ist irgendwo ein Grubenhauer. Auf die schnellen Kommunisten-Kommandeur-Outfit. Okay. So, okay. Au. Gut, dann haben wir das auch. Wund der Bärchen. Okay. Geschenke muss ich mal gucken, ne? Wie viel ich da jetzt so in der nächsten Zeit hier bekomme? Mal schauen. So, EP-mäßig gab es schon mal ein bisschen was. Dann würde ich sagen, switche ich hier auf den Private Server und erledige den Rest dann. So, würde ich sagen, mache ich doch hier die Nuka Cola in fünf Stück als nächstes. Dazu einfach noch Whitespring. Dort kann man die erkaufen. So, dann. Hallo. Lass mal. Ma'am. Checken Sie ein. Die Rezeption und unsere sagenhaften Geschäfte sind gleich Treppenacken. Der Speisesaal, die Festsäle und die Salons befinden sich im Obergeschoss. Sagen Sie Bescheid, wenn wir Ihren Aufenthalt noch angenehmer gestalten können. Alle gleich, mache ich auf jeden Fall. So, jetzt aber erstmal hier gucken. Oh Gott, wo waren jetzt hier die Nuka Cola-Mutti? Oh, meinst du, ich finde die immer auf Anheb? So, das war doch hier, ne? Ja, hier war es. Also fünf Stück. Ja, aber hallo. Mögen Sie Nuka Cola? Ja, aber hallo. Na, aber natürlich. Ja, natürlich, ja, aber klar. So, nehmen wir nochmal den raus und den rein und dann lass mal gucken hier. So, würde ich sagen, kaufe ich mir die hier fünf Stück bitte. Das reicht mir. Dankeschön. Dankeschön. Nee. Okay. Gut, also ihr Lieben, nicht lang schnacken und so. Ihr wisst Bescheid. Ich gönne mir das mal. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ein Träumchen. Gut, dann haben wir das auch. Ich würde sagen, geht es weiter mit dem Event. So, guck mal hier. Menschenjagd, als ob es auf mich gewartet hätte. Als Leiter der Strafanstalt der östlichen Region habe ich eine dringende Mitteilung durchzugehen. Ja, ja, alles gut. Ich weiß. Das werden sie so. Na, mit Plächen. Fertiges Deluxe. Wun. Der. So, und. Lang. 15 am Start. So, wunderbar. Sehr schön. So, Kommunist-Outfit und Hut sind nichts wert. Okay. Ja, ich muss mal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwie gezielt mich auf die verbrannten Santa Claus Jagd mache. Mal gucken. Mal schauen. Das wird sich zeigen. So. Dann. Haben wir das. Würde ich sagen. Level Up. Das kommt als nächstes. Boah, das wird heute echt lange dauern. Gut. Würde ich sagen. Finde ich keine Zeit. Und. Macht es mal. Hier gibt es Frösche. So. Wo war das tägliche Event mit der Spielzeit? Das tägliche Event mit der Spielzeit. Das Ding, das ist immer hier in, 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 mal kurz. Hier oben. In. Berkeley Springs. Bei Miss Chloe. Hier in der Gegend. Also. Östlich hier vom Top of the World. Da gibt es das. Immer und immer und immer und immer wieder. So. Jetzt aber hier Waffe reparieren und Money noch mal herstellen. Das ist dann hier auch gleich mal fertig ist. So. Auf geht's. Holy Money. Jetzt warte mal, den kann ich eigentlich auch noch looten hier. Und ab geht's. Bis es einmal leicht eskaliert beim Herstellen. Dann vermute ich mal hast du auch diesen legendären Munitionsperk mit drin. So. Tür öffnen. Du bist gleich der toteste Supermutant. Mein Lieber. Irgendwie. Glaube ich. Oder nicht? Nein. So. So. Hier pimmelt irgendwo noch einer rum. Irgendwo. Warte mal. Kann ich. Wenn ich schon mal hier warte. Dann kann ich eigentlich auch hier. Waffenmäßig alles mitnehmen. Und noch mal ein bisschen Stahl herstellen. Hoppsasa. Und Stufe 1, 208. Glückwunsch. Mein Lieber. Sehr schön. Dann ist doch alles erledigt. Ja Mensch, Mensch, Mensch. Ein leckerli für die. So. Noch einer. Irgendwie irgendwo. Ja. Und. Huh. Wo kam der denn? Oder war die Tür offen? Alter. Hörelich. Mein herren. Huh. Wo. Wer. Wie. Was. Klingklong. Tür auf. Tür zu. Showbidu. Du hast aus Versehen 105k Muni gebaut. Na gut. Wer hat der kann? Hier kein grünes Zeug. Neun. So. Okay. Dann. Gehen wir hier noch hin. Machen die noch platt. So langweilig. Und dann zerlegen wir die hinten. Erst nochmal. Danach kein Bleistahler. Und Schwarzpulver mehr. Es geht schneller. Das glaube ich gern. Mein Lieber. Wunderbar. Hä? Wo ist denn der? Achtung. So. Jetzt hier noch. Ja. Immer beim Nachladen. Blumen ist aber. Oh das ist furchtbar. Aber das ist dieser See in der Nähe. Ich weiß aber auch nicht. Ob. Ob sowas wie. Wie Klingkorn. Ob das auch zählt. Und das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich meine aber ja. Dass man es eventuell damit auch machen kann. Oder Tartu pflanzen oder so Bums. Okay dann. Hat uns ja gleich alle. So. Hier oben noch. Oder Rußblume. Ja genau. Das geht auch. So. Okay. Dann würde ich sagen. Gebe hin. Und. Zerlegen das Ganze. Und dann geht es zurück ins Camp. Eine Stunde vier. Das ist doch vollkommen in Ordnung hier. Und dann. Ist das vorhin erledigt. Glaube ich. Sieben von acht. Wunderbar. Sehr schön. So. Soll es. Laufen. Alles mitnehmen. Au. Wo ist er denn? Dort. Da nochmal hier rein. Und zerlegen. Dann passt das auch. Ich glaube hier ist irgendwo noch ein Hundi. Aber warum tripseln und trapseln? Okay. Ist jetzt mir wurscht. So. Dann. Nört wohl raus. Wieder verwert rein. Und dann. Mal. Dezent ausrasten. Jetzt mal wieder ein bisschen Stahl hier haben. So. Planungsmäßig. Ist nichts. Schrott. Alles außerdem Frosch. Wunderbar. Dann würde ich sagen. Geht zurück ins Camp. So. Also. Erstmal ein Trinken. Was essen. Da mal gucken. Also. Was kam rum? Hier. Heute. So. Und so. Und hier. Also. Für Rang 15 gibt es. Skillkarten. Pakets. Und 50 Legendärscheine. Für Rang 16. Gut. Wunderbar. Sehr schön. Da freue ich mich. Gut. So. Da ist einer. Da. Entschuldigung. Kleines Geschenk. Okay. Und. Ich muss Weihnachtslieder singen. Da finde ich welche. Okay. Und mit Junkie. Kurzhand gefertigt. Ah. Der Klärchen. Gut. Haben wir schon mal einen. Okay. Guck mal. Da ist einer. Im Santa Claus Kostüm. Mega. So. Komm. Den hier. Dem haue ich jetzt mal den Sack auf. Im wahrsten Sinne. Gell. So. Ohne Jäger. Rohrzange will ich es wissen. Schaden gehen. Okay. Gut. Also. Einen hier gefunden. Ja. Da höre ich es. Ist der in der Kirche? Ja. Ja. Da ist er. Hahaha. Hihihi. Oh ja. Oh ja. 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 So. Legendär. Ein Stern. Okay. Ein Stern ist besser als kein Stern. Geschenk. Mega. Und. Ein Kammerjäger. Kurzer. Westerenvolver. Den lasse ich liegen. Das glaub's aber. Der sieht so aus. Als er ein Geschenk für mich. So. Wunderbar. Hey. Ein Träumchen. Hey. Mega. So. Und. Ein kleines Geschenk. Okay. Na immerhin. Besser als keins. So. Also zwei hier beim Flughafen. Sehr schön. Vielleicht mit etwas Glück. Noch ein dritter hier vorne auf diesem Vorplatz. Das wäre nice. Da. Ist noch einer. Ein kleines Geschenk. Und. Ja. Nein. 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 Ich lasse ich in Ruhe. Ihr erkennt mich alle mal. Also hier. Ja. 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 Geil. Kleines Geschenk. Und ein dritter. Alter. Drei Stück auf einmal. Krasse Sache. Großes Geschenk. Ich freue mich. Mega. Schön. Anstachelnd Kriegstrommel. Für 20 die nehmen wir mit. Die Schatzkarte auch. Ja geil. Drei Stück. Auf einen Streich. Yeah. Okay. Echt jetzt? Der hat überlebt. Kleines Geschenk. Ein Sanitätergranatwerfer. Den brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Thunder Mountain. Und schau mal einen. Da ist noch einer. Da unten. Und noch ein zweiter. Ja mega. Und. Da. Und ist da noch ein dritter. Wahrscheinlich oben irgendwo. Aber da ist noch einer. Drei Stück hier auch. Cool. Cool. Oh, ja, da ist er. Nicht mehr. Ja, wunderbar. Prostes Geschenk, sehr schön. Bei dir ist, äh, nicht grad, mein Stream ist, ja, ist abgeschmiert. Ich hab den falschen Knopf hier auf meinem Stream-Deck erwischt. Da unten. Sehr schön. Kleines Geschenk. Sister. Da haben wir schon einen. Und da hinten der zweite. Mensch, sag mal, was ist denn los? Das ist ja ein Träumchen. Tücke, 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 tücke. Warte mal, ich komm gleich zu dir, mein Lieber. Kleines Geschenk. Und jetzt du. Großes Geschenk. Hey, ich freu mich. Uh, uh, aber nicht, wenn die Autos hier stehen. Das freut mich nicht. Hey. Können ja auch so versteinern. Die coolen Kids hier, beim Autoscooter. Brauchst gar nicht so zu gucken hier. So, also, lass mal gucken, was der so hat. Kleines Geschenk. Okay. Also hier Camden Park Haben wir schon mal einen. Mal gucken. Bestimmt hier drin ist noch mehr. Da drüben. Sehe ich jetzt keinen. Hallöchen, lieber Reality Check. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Danke fürs reinschauen. So, ich würde sagen, gehe ich mal hier rein. Bestimmt hier drin ist auch noch einer. So, zweimal zwecks Blei. Also hier müssen mindestens zwei sein. Sister, ich habe, ah, Träumchen. Kommt es auch schon. So. Also, kleines Geschenk. Und ich glaube, bei der Fressbude Da waren auch noch welche. Ich glaube, hier hinten meinem Locus ebenfalls. Ja, genau. Du warst ja auch noch da. Du Leuch. So, komm her. Scheiß drauf. So, ähm. Die coolen Kids. Wo waren die Fressbude? Hinten, genau. Ich wette, da ist auch noch einer. Ein Fanatiker. So. Sonst keiner mehr. Hey. Ja. Äh, ich, ähm. Heute, nee. Morgen. Ich verspreche dir, morgen Abend, ich komme vorbei und fresse deinen Scheiß. Mache ich. Auf jeden Fall. Versprochen. So. Dann machen wir die ganzen Dinger hier. In dem morgen abendlichen Stream. So, warte mal. Wie war denn der Pumms hier? Oh, Junge. Die letztjährliche Weihnachtsmannode. Ich muss, ich bin ehrlich, ich habe es in den zwei Jahren, in denen jetzt Fallout 76 draußen ist, ist es jetzt das erste Jahr, in dem ich das hier mal mache. Aber da die, ähm, die sich im Prinzip die gleichen Spawn-Punkte vermute ich mal teilen, wie die Schatzsucher-Geschichten, sind das einfach diese Standardpunkte oder Locations, die ich, äh, abreise, automatisch. so, also, hier aber nix. Ich meine, auch hier, ne, AVR Medical Center, da laufen ja in der Umgebung auch einige rum, Charleston ist auch so ein Ding. Also, hat man überall gute Punkte, die Viecher zu treffen. Auch hier oben in Point Pleasant, vermute ich mal, dürften einige sein. Auch hier Riverside Manor, um die Gegend herum. Also, Verbrannte hast du ja hier wirklich überall quer verteilt. So, doch jetzt zurück zum Camp. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, an der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Morgen Abend, um die gleiche Zeit, 21 Uhr, geht's ganz entspannt hier weiter mit den nächsten täglichen Score-Aufgaben. Wenn das genauso schnell läuft, dann natürlich auch noch hier ein paar Weihnachtsmänner. Gut, dann, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich gerne über ein Abo auf YouTube, ein Abo auf Twitch, Daumen, ein liebes Kommentar, was auch immer man da lassen kann, sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis morgen Abend.